Hi Jonas, ich bin's, Domi von KickOn. Ja, ja, genau. Ja, hast du super gemacht. Ey, wirklich, die Tim-Walter-Entlassung, das war das Richtige. Ja, du musst nicht weinen. War die richtige Entscheidung, ihn loszulassen. Du, aber dieser Merlin-Polzin, ich glaub nicht, dass der der Richtige ist. Ja, ich weiß, ja, aber... Nee, pass auf, ich hab einen perfekten Namen für dich. Damit würdest du 100% jeden HSV-Fan glücklich machen. Diesen Trainerkandidaten, den musst du einfach nur holen. Er ist vereinslos, du musst keinen Cent bezahlen. Mhm, mhm, ja, er heißt Bruno Labbadia. Warum lachst du? Hallo? Jonas? Es werden ja gerade sehr, sehr viele Namen reingeworfen, ja, in Verbindung mit dem HSV. Und sehr, sehr viele sind Quatsch, sowas wie Jogi Löw oder Jürgen Klinsmann. Gott bewahre, so verrückt ist unser HSV. Hoffentlich nicht. Ich sag jetzt nicht, 100%ig nicht, weil Wunder gibt's immer bei unserem Verein. Aber ich denke, da sind wir noch nicht angekommen. Nein, aber ich werde jetzt einfach mal ein bisschen aufräumen und werde euch hier im Video sagen, welcher Trainer meiner Meinung nach und, ja, zu 80, 90% eigentlich neue HSV-Trainer wird. Denn mit Merlin Polzin, der ist zwar ein sympathischer Jungchen, aber dem fehlt noch ein bisschen Erfahrung. Und für den Aufstieg brauchen wir einfach einen richtig gestandenen Trainer. Und das ist er nun mal nicht. Deswegen nichts gegen Merlin Polzin, aber wir brauchen einen richtigen Trainer. Fangen wir also gleich mal an mit dem ersten Namen. Und der heißt Lukas Quasnyok. Der sollte euch allen ein Begriff sein, der die zweite Bundesliga eben verfolgt. Ist beim SC Paderborn noch unter Vertrag. Hat erst seinen Vertrag auch verlängert. Das muss man also rauskaufen, wenn schon, denn schon. Und, ja, Quasnyok wäre ein super Trainer für den HSV. Aber, wie gesagt, er hat einen Vertrag bei Paderborn. Und der HSV müsste Geld hinlegen. Und wir alle wissen, Jonas Bolt und, ja, Geld ausgeben, das, das verträgt sich nicht ganz so gut. Deswegen sage ich, nein, Lukas Quasnyok, das ist eine komplette Ente. Unser Sugar Daddy, ja, Klaus Michael Kühne hat sich ja auch eingeschaltet und gesagt, Magath wäre seine perfekte Lösung. Und eigentlich bin ich ja immer, ja, komplett seiner Meinung. Aber ich bin auch fürs Quälen. Aber ich denke, Magath wäre nicht der Richtige für diesen Job. Deswegen, ja, hat sich auch die obere Führung dagegen ausgesprochen. Wollte es auch nicht so angetan von der Idee. Also ich kann auch sagen, Felix Magath, der bringt sich selber ins Gespräch. Aber er ist keine ernsthafte Alternative. Das heißt, auch Felix Magath ist eine Ente. Entschuldigung, Kühne. Können trotzdem mal zum Spiel gehen. Der nächste Trainer wird ja auch immer wieder genannt. Der Name lautet Enrico Maas. 39 Jahre alt ist er. Noch ein sehr, sehr junger Trainer. Sehr, sehr jung im Trainergeschäft. Tätig hat zuletzt eben die zweite Mannschaft von Dortmund trainiert. Und den FC Augsburg hat also auch Bundesliga-Erfahrung. Aber was bringt Bundesliga-Erfahrung, wenn du krachengescheitert bist mit dem FC Augsburg? Ich meine, Augsburg ist ja wirklich eine Mannschaft, die ist einfach schlecht zu trainieren, wie ich finde. Aber dieser Verein ist einfach ein Psychopath, weil du denkst, jede Saison, oh, der steigt ab und so. Und dann spielen sie doch wieder solide und greifen sich den 10., 11., 12. Tabellenplatz. Also Augsburg ist wirklich Harakiri als Fußballverein. Aber darum geht es nicht. Es geht um Enrico Maas. Und da gucke ich mir seine Statistik an. Und die sieht sehr, sehr ausbaufähig aus. Hat auch zuletzt die Offensive nicht mehr wachbekommen vom Augsburg. Und auch die Defensive. Wir brauchen gerade einen, der die Defensive eben verstärkt. Und dafür ist Enrico Maas auf jeden Fall nicht der Richtige. Denn Augsburg hat sehr, sehr viele Gegentore unter ihm gefressen. Und ja, ich sehe es einfach nicht. Ich glaube, das ist einfach noch eine Nummer zu groß für ihn, der HSV. Weil der ganze mediale Druck auch ist einfach ein anderer. Da sind schon ganz andere Trainer an dem HSV zerbrochen. Ich glaube, Enrico Maas ist, wenn, dann einer für die nächsten Jahre für den HSV. Aber jetzt ist er einfach noch zu grün hinter den Ohren. Kommen wir zum dänischen Julian Nagelsmann 2.0 Johannes Torup. Der ist ja in Dänemark tätig und ist anscheinend ein ganz großes Trainer-Talent. So wird es auf jeden Fall beschrieben. Er ist 35 Jahre alt erst. Und ja, hat bislang noch nicht so viel vorzuweisen. Spielt ein ähnliches System wie Tim Walter. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, oh ja, ich habe ihn analysiert oder so. Aber er spielt eben dieselbe Formation wie Walter. Er lässt den gleichen Walter-Fußball auch spielen. Ich bin nicht so angetan von der Walter-Spielweise. Das wisst ihr ja auch. Das ist ein junger Kerl. Der kann sich noch entfalten. Und ich weiß nicht, woher. Das kommt auch mal jetzt irgendwie auch in der zweiten Bundesliga. Ich meine, Schalke, die bedienen sich alle aus Dänemark. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, versprechen sie sich viel davon. Oder ich weiß auch nicht. Aber ich denke einfach, also mit 35 ist er einfach noch nicht bereit für den HSV. Mag sein, dass er wahrscheinlich auch ein großes Talent ist. Aber ich glaube, das wäre einfach auch noch ein Schritt zu groß für ihn. Ich meine, der sollte sich jetzt erstmal frei entfachen. Was man ihm aber zugute halten muss, ist, dass er wirklich eine erstaunliche Bilanz hat mit seinem Team. Er ist auch in der Conference League tätig. Und da hat er auch eigentlich eine ganz gute Figur gemacht. Also Torup wäre eine Aktie für die Zukunft. Aber ich glaube nicht, wie die jetzige Situation beim HSV. Weil wir brauchen eine sofortige Hilfe. Einen sofortigen Feuerwehrmann. Denn ja, es brennt. Es brennt Lichterloh beim HSV. Und dann brauchen wir nicht irgendwie jemanden, dem man es noch erklären muss, wie man löschen muss. Sondern wir brauchen jetzt einen gestandenen Feuerwehrmann. Und das ist er einfach nicht. Kommen wir also zu unserem letzten Trainerkandidaten. Und wenig überraschend ist es auch derjenige, wo ich sage, ja, der wird es zu 99%. Steffen Baumgart, der war ja schon mal Thema in der Hansestadt. Ja, Bolt ärgert sich wahrscheinlich immer noch. Deswegen hat er ihn auch noch nicht angerufen. Aber genau heute soll er Kontakt mit seinem Berater aufgenommen haben. Und ich denke einfach, Steffen Baumgart und Hamburg, das wird, ja, wie ein Tinder-Date. Das wird auf jeden Fall so eine Einigung führen. Und was man bekommt, ist ein gestandener Bundesliga-Trainer, der wirklich auch die Jungs mal laufen lässt. Der sie quält, hoffentlich, der Flanken übt. Und ich glaube, Steffen Baumgart könnte in dieser Situation der Richtige sein. Nein, sympathisch ist er mir nicht so richtig. Aber das liegt daran, wegen seinem Hemd und so. Wie gesagt, ich bezahle dir eine Jacke. Baumgart, wenn du das siehst, ich kaufe dir eine Jacke, setz dich mal ruhig hin und so. Du musst nicht 90 Minuten lang rumtigern wie sonst was. Einfach mal normal sein, ein bisschen authentisch, ein bisschen ausrasten ist schön und gut, aber nicht 90 Minuten lang. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Fußballerisch soll er einfach den HSV zum Aufstieg führen. Und ich glaube auch, Steffen Baumgart wird zu 99% eben neuer HSV-Trainer. Und ich habe eigentlich nichts dagegen, weil wenn ich so die anderen Kandidaten angucke oder sehe, was für andere Trainer noch vereinslos sind, dann nehme ich einen Steffen Baumgart wirklich mit Handkuss. Ich hoffe wirklich, er wird einschlagen wie eine Granate beim HSV und wird diese Jungs wirklich mal wachrütteln. Laufleistung stimmt nicht, Flanken stimmen nicht. Das alles muss er verbessern, das erwarte ich auch von Baumgart. Und ja, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich kann er das Ruder rumreißen, damit wir endlich, endlich in die Bundesliga zurückkehren. Aber ja, am Ende seid natürlich wie immer ihr gefragt, welchen von den Kandidaten findet ihr am besten? Ja, findet ihr auch? Steffen Baumgart wird der neue HSV-Trainer? Oder sagt ihr, nee, 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 Kick on, du bist wieder komplett auf dem Holzweg. Es wird jemand anderes. Oder bleibt sogar Merlin Paul ziehen bis zum Saisonende. Ich denke nicht, ich würde mein ganzes Geld wahrscheinlich dagegen wetten. Aber, naja, bin ich schon. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.